Willkommen zu PoliSkills. Die Lehrberufsinformesse findet heuer zum zehnten Mal an der BTS Mietersil statt. Circa 60 Betriebe der Region aus Karbun bis Grimmel und aus Nord- und Osttirol zeigen über 80 Lehrberufe und stellen diese vor. Im Vordergrund steht das praktische Tun. Bei mehr als der Hälfte der Betriebe können die Besucherinnen und Besucher kleine Werkstücke fertigen und diese mit nach Hause nehmen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Veranstaltung ist ein klares Statement für die PTS Mietersil, für die Lehre und für die Facharbeit. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020